Ja, ich möchte, dass da, das was du sagst, da müssten beide ein bisschen Verantwortung übernehmen. Ich glaube, den Punkt möchte ich nochmal kurz aufmachen und sagen, wenn du willst, dass der andere die Verantwortung übernimmt, dann dürfen wir nicht vergessen, dass du selber bereit sein musst, Verantwortung auch zu übergeben. Also, dass du sie loslassen musst, damit der andere sie übernehmen kann. Und ich glaube, die Gefahr, die gibt es immer wieder, dass man einfach selber noch nicht oder, also ich würde immer gerne noch nicht sagen, in der Lage ist, bereit ist und ich glaube, darüber gilt es viel nachzudenken, warum oder welche Maßnahmen du setzt sozusagen, so unbewusster Art und Weise, wo dem anderen ständig klar wird, ja, ich kann das eh nicht übernehmen, weil es sind die Voraussetzungen nicht da. Ich werde nicht sozusagen, wie man sagt, ich werde nicht reingelassen entsprechend. Oder ja, du sagst, ich soll das übernehmen, dann mache ich zwei Tage und dann kommst du eh wieder rein und sagst, mach so, so, so und so, dann kann man sinngemäß keine Verantwortung übernehmen, wenn man sie nicht bekommt.